Also wir sind jetzt daheim im Bereich Staatswald, oberhalb von Schornbach. Wir sind alarmiert worden zu einem Flächenbrand, der sich letztlich zu einem Brand in einem Waldstück praktisch empuppt hat. Also die Lage vor Ort waren rund 100 mal 100 Meter des Waldes betroffen. Wir sind mit vier Löschfahrzeugen und einem Führungsfahrzeug vor Ort, 30 Menschen. Und wir haben jetzt insgesamt, grob geschätzt, fünf C-Rohre und mehrere D-Rohre im Einsatz. Richtig, wir haben einen Pendelverkehr eingerichtet und zwar vom Feuerwehrhaus in Schornbach nach hier hoch. Und da pendeln ständig zwei Löschfahrzeuge. Also der Förster ist jetzt vor Ort, macht sich ein Bild von der Lage. Also es ist, wie gesagt, Staatswald, Stadtwald und vermutlich auch private Parzellen mit betroffen. Und wir werden jetzt noch Nachlöscharbeiten durchführen und eben gucken, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Das ist eher die Seltenheit tatsächlich. Das ist ja nicht, ja. Ja, leicht. Das ist ja nicht, ja. 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 Das ist ja nicht, ja.